Hi Pyros, bevor das Video losgeht noch etwas in eigener Sache. Leider sind 95% der Nutzer, die meine Videos schauen, noch kein Abonnent von mir. Bist auch du einer davon, dann abonniere doch einfach mal unten schnell meinen Kanal, aktiviere die Glocke und verpasse keine weiteren Videos von mir. Nach dem Intro geht's dann los. Ja, hier sind wir auch schon. Den Hagebaumarkt, wie man am Titel gesehen hat, haben wir. Ja, hier haben wir einige Artikel mehr als im letzten Prospekt. Vor allem haben wir Preise. Ich werde nicht so aktiv, wie beim letzten Mal, auf das Sortiment eingehen. Nur auf die Teile oder Artikel, die wir nicht gesehen haben. Ja, darunter fällt zum Beispiel die Neuheit Pyroconversion, falls man es so ausspricht, für 20 Euro. Ja, finde ich ein bisschen zu happig für den Preis. Daneben haben wir eine Kaufempfehlung, das Vollkrass Sortiment. Davon habt ihr sehr viel. Ihr habt 8 Raketen, 2 Vögel, Knallerbsen, ein bisschen anderes, Cut 1, so ein paar Wirbelkreise hier. Ihr habt unter anderem noch Böller, Fontänen, römische Lichter. Ja, da habt ihr auf jeden Fall gut Spaß dran. Dann haben wir hier SRS-11. Ist ähnlich wie das SRS-9, auch unter dem Namen Metalhead bekannt. Ja, ihr habt hier 2 Raketen mehr, aber dafür 15 Euro zu verlangen, ist etwas viel. Klar, es ist Hagebaumarkt, da kostet alles mehr, aber 15 Euro würde ich dafür jetzt nicht bezahlen. Dann haben wir hier die P-Wax für 30 Euro. Die hatten wir ja schon im letzten. Dann haben wir hier den Verbund und die Samurai für 29,99 und für 4,99. Ja, es gibt auf jeden Fall Besseres. Die Samurai kann man mitnehmen, aber es gibt natürlich auch bessere Alternativen aus Lidl und Aldi. Kommen wir zur Seite 2. Wir haben hier die 450er Profi-Line für 30 Euro. Daneben die Blackbox für 17,99 Euro. Unterhalb der Blackbox haben wir den Midnight Special, ein Verbund für 20 Euro. Die Overload, auch schon bekannt aus dem anderen Prospekt, für 20 Euro. Daneben die Profi-Line 410 für 25 Euro. Geht's mit der nächsten Reihe weiter. Die könnt ihr ja komplett stehen lassen. 50 Schuss für 2,99, da kommt nicht viel mehr rum. Die Extreme Stars, 91 Schuss für 9 Euro. Ja, ihr habt hier auch römische Lichter, ein bisschen Quackling und Knister-Effekte. Lasst stehen. Das Ding weiß ich leider jetzt nicht mehr genau, was das war, aber die war auch nicht so berauschend für den Preis. Ihr seht hier 65 Schuss für 10 Euro. Wer ein bisschen mitdenkt, der weiß, da kommt nicht viel bei rum. Die Eclipse an sich, ja, ist gut, aber für den Preis ist deutlich zu viel. Ansonsten auf jeden Fall einpacken. Funkenflug, eine Dreierfonteine. Ja, ist nicht meins, ich würde es stehen lassen. Daneben haben wir einen Goldvulkan, ist ganz nett anzuschauen. Persönlich würde ich da aber lieber ein Euro mehr bezahlen und lieber einen von Bugano bzw. Veko mitnehmen. Gibt es beim Lidl und beim Aldi. Hier haben wir dann ein 10er Pack. Ja, ich denke mal, dass das Bombenrohre sein sollen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Für 5 Euro kann man mal zum Test mitnehmen. Ich selber kenne sie leider noch nicht. Deswegen werde ich sie mir auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ein Video wird dazu folgen. Hier oben haben wir die Cracking Machine für 10 Euro. Für 200 Schuss ist zu teuer. Fette Tonne befindet sich daneben. Viel zu teuer. Die kostet beim Norma schon 10 Euro und das ist sie nicht wert. Auf jeden Fall liegen lassen. Habt ihr hier, ich glaube 200 Schuss sind das volles Rohr für 15 Euro. Auf jeden Fall liegen lassen. Das Ding ist nicht mal 5er wert. Ja, okay, 5 doch vielleicht. Hier neben Super Pack. Viele verschiedene Fontänen. Oder Batteriefontänen. Ja, an sich gutes Set fürs Warmmachen auf jeden Fall. Aber nicht für den Preis liegen lassen auf jeden Fall. Die Home One 2, 337 Schuss Kometen. Ja, dann haben wir hier die Crossbows für 40 Euro. Dragonheart für 50. Darunter die Sonic Boom im coolen Design meiner Meinung nach für 100 Euro. Daneben befindet sich die Supernova für 70 Euro. Und darunter für 140 Euro die 4XL. Auch aus dem Hause Nico, wie alles andere bereits. Ja, wie gesagt, ich werde nicht so genau darauf eingehen. Denn da gab es ja schon ein anderes Video, wo ich besser drauf eingegangen bin. Das ist jetzt nur noch mal so ein Update, weil hier die Preise bei sind. Eine Kaufempfehlung nach wie vor sind die Crackling Boys, bzw. Lucky 8 heißen sie hier. Klar, die kriegt man auch in den einen oder anderen Laden günstiger. Aber wenn ihr keine Chance habt, da ranzukommen und nicht online bestellt, auf jeden Fall hier mitnehmen. D-Böllerschinken von Nico waren bei mir bisher immer super. Kann ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für aussprechen, auch wenn sie 5 Euro kosten. Ja, ich war immer super zufrieden mit denen. Also ich hatte da keine Probleme. Dann kommen wir schon zu dem viertletzten Artikel. Wild 10 oder Wild 10. Ja, wir haben hier 10 Raketen mit Zerlegerladung. Pro Rakete ungefähr 1 Euro ist ein fairer Preis. Klar, man kriegt dieses Set auch woanders günstiger. Aber man kann es nicht mitnehmen. Daneben befindet sich das Mainstream-Raketen- bzw. Familiensortiment. Ein paar Euro weniger und ich kann eine Kaufempfehlung aussprechen. Ihr habt hier Vulkane, Fontänen, Böller, aufsteigende Effekte. Was das ist, weiß ich nicht. Erkenne ich auch nicht so genau. Ja, Knallerbsen, Raketen, römische Lichter. Daneben haben wir dann als vorletzten Artikel die Wheels of Fire. Der eine oder andere sieht jetzt die Ähnlichkeit zu Metalhead. Und ja, das sind auch ziemlich die gleichen Raketen. Hier würde ich bedingt eine Kaufempfehlung aussprechen. Einfach aus dem Grund, weil 21 Raketen 25 Euro. Aber ihr habt halt diese geilen Kugelkopf-Raketen oder Kugelraketen von Niko dabei. Und die sind einfach nur bombastisch. Das sind hier die Wing-Rockets auf jeden Fall. Man erkennt es hier leider nicht, aber das sind definitiv die Wing-Rockets. Und jeder, der die schon mal hatte, das sind absolut geile Teile. Deswegen würde ich für das Set auch schon eine Kaufempfehlung aussprechen. Günstiger wäre natürlich angebrachter, aber kann man definitiv trotzdem mitnehmen. Und gerade wer die Ring-Rockets, wie gesagt, testen will. Dann haben wir hier oben ein Set, was meiner Meinung nach zu teuer ist. Wir haben hier 20 Raketen, ein paar Böller, viel Cut-1, so wie das mir hier aussieht. Ja, aufsteigende Wirbel und was das hier oben ist, weiß ich nicht. Spinners oder sowas. Ja, für 25 könnte man es auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht ganz genau drauf eingegangen, auf die jeweiligen Artikel, weil es ja schon ein Video gab. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, einen Kommentar. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, dafür wäre ich sehr dankbar. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Und... Also��様l. Und dann bis zum nächsten Mal.